So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und das Video zeichne ich jetzt wirklich aktuell auf am Samstag, denn ich bin zurück, nicht alleine, Pupsi ist auch da, beziehungsweise liegt die gerade noch, da musste man sich auch mal ein bisschen ausruhen, ne, ah mir tut einfach alles weh, so ein hartes Osterwochenende, wir sind aber noch nicht fertig, wir sind noch mittendrin, es ist ja noch morgen Ostersonntag, dann ist noch Ostermontag, aber es kam natürlich schon wieder neue News. Fokus, heute Abend kommt Wrestling, ich habe heute ein schönes Eier-Video wieder gemacht, wen das interessiert, der kann das gerne gucken, also rausgebracht und eigentlich wollte ich gar nichts heute machen, damit man eben den Fokus auf das Eier-Video legt, aber ich weiß nicht, wann ich die News sonst bringen soll, denn am Mittwoch startet schon wieder ein neues Event, was das ist, wollen wir uns jetzt mal kurz angucken, ich kann vorab sagen, ich finde es eigentlich richtig genial. Vom 14. April ist das Update, nämlich Umweltwoche 2022, Kikugi, Kommandutan, befristete Forschung, vieles mehr im nächsten Event in der Umweltwoche. Warum steht da Kikugi? Kikugi ist ja nicht neu, Kikugi erstmals als Shiny, ja, ihr habt richtig gehört, Kikugi als Shiny, Kommandutan ist aber komplett neu, guckt euch das an, das ist dieser Affe, der hier gerade sitzt, also auf dem Bild, nicht in der Kamera, hallo. Und kann man den noch entwickeln? Nein, wahrscheinlich nicht, das ist ein eigenständiges Pokémon, denke ich mal, der sieht verdammt genial aus und jetzt kommt der nicht hier einfach in Raids verpackt oder Eier verpackt und ihr müsst wieder gucken, wie er da rankommt, so wie das dann bei Wuffels vielleicht war, der erscheint sogar wild und das finde ich besonders interessant. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie gut er ist, was kann der überhaupt, aber der sieht auf jeden Fall irgendwie genial aus, ist bestimmt so ein richtiger Brocken, ne, da so ein Hunderter auf Level 50 muss schon drin sein, sage ich mal. Um was geht es jetzt aber gesamt? Umweltwoche 2022 vom Mittwoch, dem 20. April, die ganze Zeit haben die Sachen ja immer am Dienstag gestartet, jetzt startet es am 20. am Mittwoch, Mittwoch 10 Uhr, die Zeit bleibt aber gleich, Events gehen um 10 Uhr los. Bis Montag, den 25. um 20 Uhr. Deswegen sind ja immer am Dienstag losgegangen und ging dann meistens eine Woche bis zum Montagabend, bevor am Dienstag früh um 10 Uhr wieder was losging, jetzt startet es halt am Mittwoch. Und trotzdem kommt am Dienstag um 10 Uhr aber der neue Raid-Boss, den dürft ihr ja auch nicht vergessen, wenn Kabutoro, ne, warte mal, da ist ja noch eine Woche da. Aber vergesst das mit dem Raid-Boss, das ist ja dann erst die Woche dann danach. Also ihr habt euch das eh alles aufgeschrieben und dann wisst ihr ja Bescheid. So, Kabutoro ist noch länger da, das passt und am Mittwoch startet die Umweltwoche mit einem neuen Pokémon, Pokémon-Debüt. Das Weisheit-Pokémon-Kommandutan erscheint zum ersten Mal im Pokémon Go, muss ich nichts zu sagen, habe ich ja schon gesagt. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant und richtig cool vom Design her, auch dass es so ein Brocken ist. Das allererste Mal schillernde Kikugi, die man ja dann entwickeln kann, das heißt eigentlich erhalten wir drei Shinies, wenn man Kikugi dann entwickelt und dann hat man die Blume, jetzt habe ich den Namen wieder nicht. Wie heißt denn die gottverdammte Blume, die einmal so geschlossen ist und einmal ist sie auf, Kinoso oder so, Kinoso glaube ich, Kinoso, so und so. Also sind es insgesamt drei neue Shinies sogar. Community Day, ihr forscht, wir pflanzen Bäume. Der nächste Community Day steht dann ja auch an, ist dann auch schon am Wochenende, nach diesem Osterwochenende, jetzt nächste Woche, auch mit einem komplett neuen Pokémon. Und, äh, keine Ahnung, das zählt zur Umweltwoche mit rein, zählt insgesamt alles zu dieser Alola-Jahreszeit. Weil, denn ich finde deshalb diese Alola-Jahreszeit unglaublich genial, glaube ich, die beste Jahreszeit, die ganzen Tiergeister als Shiny. Super interessanter Community Day, so einen interessanten Community Day hatten wir noch nie. Super interessante Pokémon, super interessante Shinies, Community Day dann aber am Samstag wieder. Äh, nicht wie am Sonntag beim letzten Mal, dieser Classic, sondern am Samstag, Community Day. Was steht das hier? Samstag, 23. April, von 10 bis 20 Uhr Ortszeit. Community Day. Okay, lest mal den Text. In diesem Zeitraum findet auch eine befristete Forschung statt, bei der ihr in jeder Stufe ein Kilometer zu Fuß gehen müsst. Zur Belohnung begegnet ihr dann einem Kikugi. So. Das ist also im Prinzip dann wie ein Forschungstag noch, an dem Tag. Alter, das Ding bringt mich schon wieder komplett raus. Community Day ist doch trotzdem Samstag, aber gleichzeitig gibt es sozusagen eine Forschung von 10 bis 20 Uhr, wo ihr dann immer Kikugi am Ende bekommt, wenn ihr ein Kilometer lauft, am Ende. Na, Yannick pflanzt einen Baum, maximal 100.000 Bäume für jeden Trainer, der am Community Day mindestens 5 Kilometer zu Fuß geht, auf geht's. Das vermischt sich also insgesamt. Gut, am Community Day jetzt, wo der nur noch 3 Stunden geht und sonst was braucht, eh nicht mehr so effektiv ist, ihr gerade dann 400 Bonbons auch für das neue Pokémon dann braucht, wäre es sowieso sinnvoll rumzulaufen und nicht wie ich dann wieder hier zu sitzen, weil er alleine keinen Bock hat rumzulaufen. Sammlerherausforderung. Bei der nächsten Sammlerherausforderung steht die Natur im Mittelpunkt. Wenn ihr die Herausforderung meistert, macht ihr Fortschritt bei eurer Top-Sammler-Medaille und erhaltet ein Moos-Modul und 15 Superbälle. Die Moos-Module sind auf jeden Fall wichtig, aber irgendwie auch sinnlos, weil zwei der Pokémon, die ihr euch schnappen müsst, nämlich Doofler und Ultrigaria, erscheinen nur bei Pokestops mit aktivierten Moos-Modulen. Ihr braucht vorher also ein Moos-Modul eigentlich, um diese Sammlerherausforderung abzuschließen, bekommt als Belohnung danach aber trotzdem nochmal Moos-Module, damit ihr die, die ihr verbraucht habt, um das überhaupt abzuschließen, wieder drin habt. Ja, und wenn man keins hat, wie macht man das dann? Man sucht sich jemanden, der ein Moos-Modul hat und bittet ihn höflich, ob er das mal zünden kann. Da wäre es schön, wenn Leute wieder zusammenarbeiten. Wir haben das früher auch so gemacht, als ich das erste Moos-Modul mal gezündet habe mit Ispo zusammen, haben wir auch gesagt in der Gruppe, yo, wir machen 13 Uhr hier ein Moos-Modul an, da beim Dino in der Nähe, haben uns dann hingesetzt, haben eine halbe Stunde gefilmt, was halt alles so rauskam. Torsten kam damals auch vorbei, Torsten hat dann auch gesagt, yo, Jungs, danke fürs Bescheid sagen, hat sich da mit hingesetzt dann und hat dann geguckt, was da bei ihm auch rauskam. Das war auf jeden Fall noch eine geniale Zeit, dass man sich dann immer so abgesprochen hat, weil das eben ja ein besonderes Modul ist und eben dann gerade für sowas, wo das für die Aufgabe benötigt wird, wäre das eben schön, wenn sich die Leute absprechen. Wilde Pokémon, die folgenden Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis. Wir haben Miraplar, wir haben Slimer, Shellast, auch die Weiterentwicklung Shell-Karein, wir haben Kikugi, Unratydox, Kastatur und Kommandutan. Sind alle Shiny, bis auf die Weiterentwicklung, Shell-Karein und eben das neue Pokémon Kommandutan und zum ersten Mal auch also Kikugi. Was ist sonst noch interessant? Kastatur ist sehr interessant, war auch immer ein seltenes Pokémon, ist ein sehr cooles Shiny. Jetzt also die Möglichkeit, nochmal das als Shiny zu bekommen, wer es noch nicht hat oder ein paar Bonbons dafür zu sammeln, wer das noch gar nicht entwickelt hat. Kikugi natürlich ein Highlight, ansonsten für Shellast, den Starter, da noch ein bisschen was mitnehmen, auch auf jeden Fall ein sehr cooles Pokémon. Mit Glück begegnet ihr auch folgenden Pokémon, Bisa, Flora, in Shiny und Paragoni. Paragoni, auch mega selten, war bisher glaube ich nur zu einem Halloween-Event mal da zu bekommen. Kann sein, dass viele da also noch die Entwicklung brauchen. Heiretin fällt mir da ein, der immer fragt, wann dieses Pokémon, wo man das fangen kann, ob das kontinental ist. Nein, er hätte aber die Möglichkeit in der Umweltwoche natürlich dieses Pokémon auch wieder zu fangen. Da vielleicht ein paar XL-Bombombs sich noch sichern. Eier, 7 Kilometer Eier mit Alola, Dicta, Lavida, Kikugi, Kommandutan. Wenn man Kikugi und Kommandutan wild fangen kann, würde ich persönlich auf die 7 Kilometer Eier jetzt verzichten. Weil Alola, Dicta, so interessant ist das nicht. Und Lavida, Lavida kriegt ja auch so oft aus den 12 Kilometer Eiern. Das ist da trotzdem stark erhöht. Da würde ich lieber 12 Kilometer Eier brüten, um ein Lavida zu kriegen, als jetzt hier in den 7 Kilometer Eiern. Wenn ihr 7 Kilometer Eier brüten wollt, könnt ihr es ja trotzdem mal reinschreiben. Kostenlose Box haben wir auch noch. Die folgenden Boxen sind während des Events kostenlos im Shop erhältlich. Eventbox Moos-Modul Dann haben wir das Rätsel ja schon gelöst, dass ihr ein Moos-Modul braucht, um die Sammlerherausforderung abzuschließen. Aber ihr eh kostenlos eins kriegt. Und wenn ihr das dann abgeschlossen habt, als Belohnung sogar noch eins dann hinterher kriegt. So schließt sich also der Kreis. Und was ihr am Moos-Modul begegnet, äh, wem ihr am Moos-Modul begegnen könnt, das habt ihr hier. Duflor, Ultrigaria, das sind genau die zwei, die nur da kommen. Weil das sind ja auch beides Weiterentwicklungen, die könnt ihr dann nicht so kriegen. Endivie, auch wieder ein Starter, ein Pflanzen-Starter in Shiny. Äh, Kikugi, nochmal Shellkar rein, was wir oben ja auch schon so an sich wild haben. Strawickel, Strawickel steht jetzt nicht als wildes Pokémon. Pokémon, würde ich aber gut finden. Ich glaube, ich brauche noch ein 100er Strawickel, das würde mir noch fehlen. Also auch theoretisch jetzt wieder ein bisschen seltener als Born. Mit etwas Glück begegnet ihr auch Alola Dicta. Müsst ihr also nicht unbedingt, äh, sieben Kilometer Eier brüten. Blubella, gleich als Entwicklung, gab's so glaube ich auch noch nicht direkt zu fangen. Und Ninkada, was auch Shiny sein kann, auch ein seltenes Shiny, was man damals über Feldforschungen oder so sich gegönnt hat. Wer das noch nicht hat, kann auch ein bisschen Mus-Module raushämmern, um zu gucken, ob er noch einen Shiny in den Kader bekommt. Pokémon bei Feldforschungen, da seht ihr jetzt auch wieder viele gleiche. Shellast, Kikugi und Ratudox. Dazu kommen Serpifoi und Igamaro, also viele Pflanzen, Stada, Paragoni auch hier mit dabei. Schließt bestimmende Feldforschungsaufgaben ab, um Mega-Energie für die folgenden Pokémon zu erhalten. Mega-Energie für Visaflor und Rexblissar. Das ist schön, Rexblissar habe ich nämlich so wenig Mega-Energie, da wird es Zeit, dass da mal ein bisschen wieder dazukommt, auch wenn man den mal wieder entwickeln möchte. Ich versuche immer 1500 auf der Hand zu haben. Event-Boni generell, doppelte EP für das allererste Drehen eines Pogestops. Für die Leute, die viel reisen oder reisen können, ist das natürlich immer eine feine Sache. Ansonsten finde ich das Event eigentlich sehr cool, beziehungsweise die Umweltwoche. Ich habe Bock, ich habe Bock auf ein 100er Kommandutan, ich habe Bock auf Shiny Kikugi, ich habe Bock auf Kastatur XL-Bomboms, ich habe Bock auf Paragoni XL-Bomboms. Die Eier interessieren mich jetzt nicht. So ein 100er Stravicke wäre schon noch interessant aus dem Moos-Modul. Das eine muss man ja sowieso machen, was man kriegt kostenlos, damit man die Forschung da eben abschließen kann, diese Sammler-Herausforderung. Ansonsten, was noch dabei ist, schauen wir mal und vor allem, was in den Raids kommen wird. Das steht leider hier immer nicht dabei, aber wir wissen ja, bei jedem Event ändern sich auch die Raid-Bosse, sodass ihr da auch im Dreier oder Einer-Raid bestimmte Pokémon bekommen könnt. Vielleicht gibt es ja Stravigl-Raids, da bin ich dann genau wie Jochen, der immer Knofenza-Raids gemacht hat und gucke dann, ob ich da ein 100er bekomme. Was ist eure Meinung zum Event? Worauf habt ihr Bock? Was sind eure Ziele? Habt ihr Bock auf Kommandutan? Wie findet ihr das Pokémon? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, frohaut, euer Ramses und noch frohe Ostern oder Rest-Ostern, was halt noch so ansteht. Ciao.